Liebe Zuschauer von Hochzeitsmesse TV, ich befinde mich gerade am Catererstand von Genussgalerie. Und das hier ist ein ganz besonderer Catererstand, denn Sie liefern kein normales Essen, Sie liefern Flammkuchen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist das Besondere hier mit dem Flammkuchen? Ja, das Besondere ist, dass wir eben vor Ort mit unserem Equipment kommen und dort frisch produzieren. Alle Flammkuchen werden mit frischen Zutaten belegt, werden gebacken und werden dann an die Gäste eben ausgegeben. Wir haben verschiedene Sorten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wie ist es denn, wie weit muss ich Ihnen vorher Bescheid sagen und für wie viele Personen ist es denn möglich, dass Sie bekochen? Gut, es geht natürlich ganz kurzfristig. Wir sind sehr dankbar. Je früher, desto besser. Aber es geht auch mal auf ein, zwei Wochen vorher, wenn Sie uns Bescheid sagen, wenn Termine frei sind, immer gerne. Unser Aktionsradius geht über ganz Bayern. Wir haben also am Ammersee eine Niederlassung und auch unten in Baden-Württemberg, in Freiburg, sodass wir fast überall hinkommen können. Und für welche Events bieten Sie Discaterer an? Natürlich nicht nur für Hochzeiten, sondern wir machen ganz viele Privatfeiern wie Geburtstage, Taufen, Firmen-Events natürlich auch. Super, ganz herzlichen Dank. Und wo können unsere Kunden Sie finden? Wir sind im Internet natürlich vertreten unter www.genussgalerie.de, telefonisch jederzeit. Und wie gesagt, unsere eine Niederlassung steckt am Ammersee, in Diesen und die zweite in Gottenheim bei Freiburg. Super, ganz herzlichen Dank. Super, ganz herzlichen Dank.